Willkommen zurück zu einer neuen Runde LoL mit dem Mörser. Oh yes. Ja. Und du spielst wie den Skarner? Oh yeah. Ganz lange nicht gespielt. Mal schauen. Hab ich noch nie, ich glaub noch nie gespielt. Was mit dem so geht. Oh, ihr seht schon den Busch hier? Ja? Ja. Was soll das? Das war ne schlanke. Ich glaub Oriana oder Miss Fortune. Ja Oriana. Ja. Ich komm angeran. Ich muss auch kurz die Skills angucken hier. Was ist das denn hier? Äh. Shields. Aber guck mal der Naughtilus ist ja wohl geil oder? Jetzt haben sie alle Angst. Blitzcrank ist im Busch. Noch ein Early Frack. Noch ein Early Frack. Jawoll. Jawoll. Da haben wir ihn doch. Good Job. Dafür gibt es von mir auch einen Good Job. Oh guck mal Twitch hat sich gerade in die Schussbahn geworfen. Damit sie mich nicht trifft. Oh je. Oh scheiße. Da war ein Minion im Weg. Ich hab gedacht jetzt mach ich so einen coolen Grab so mitten in die Gruppe rein. Lauf einfach hin. Pau da drauf. Hast du gesehen? So in zwei Sekunden ist mein Grab ready. Tötet sie! Jawoll. Jawoll. Schöner Fokus. Das ging gut ab. Die Leute wissen was sie hier machen. Ja der Doppel Grab ist voll mies ey. Ich grab die. Naughty grab die auch nochmal. Huja. Und Tod ist er. Juhu für mich. Es läuft gut. Oh yeah. Es ist ein Win. Diverse Körperteile von mir werden auch grad ziemlich hart. Boah meine Wade krampft auch schon ey. Ja. Meine Schulter gerade weil ich zu viel klicke. Oh. Weil ich auch mal so richtig da reingehe beim Fliegen so. Ich hebe dann so den Arm an. Ja. Man sitzt mit schräg im Kopf ganz nah vorm Monitor ne. Oh Twitch da ist jetzt aber auch gekommen. Cyberdose nimmt sehr sehr viel ab. Der Tower. Der geht da wieder rein. Und möchte gerne sterben glaub ich. Der will glaub ich shoppen. Cyberdose will shoppen. Haa Melfight hat schon irgendwas technisches gekauft ne. Ne doch nicht. Das könnte noch hart werden weil Soraka. Jaa. Die heilt da hier noch gut ey. Ah. Ah scheiße ey. Ich hab gedacht ich kann noch einen Stun da raushauen. Aber irgendwie wird dann nichts draus. Könnte los sein. So. Meinst du? Ach das wird kein los. Was laberst du ey. Was laberst scheiße Junge. Pass mal auf. Jetzt kommt erstmal wieder ein Weltklasse Grab. Ah. Doch kein Weltklasse Grab. Ich dachte ich flash mich nach vorne. Weltklasse Grab. War nix. Weil Weltklasse Crab war das. Ja. Da haste wohl recht. Ich stun die nochmal. Jawoll. So hab ich wieder rausgehoben meine Weltklasse Crab. Hiiii. Auch tot. Auch ein schöner Grab. Sagst du gar nix. Ne. Das gute Punkt. Ich weiß. Du bist der typische deutsche Chef ne. Hi Melfight. Fast schlecht. Ja ich weiß. Warum flash the Melfight. Weil der jetzt tot ist. Weil der hat noch nix. Der stieb die ganze Zeit nur. Der kommt rein. Reißt nix. Und stieb die ganze Zeit. Deshalb dachte ich den nehmen wir doch rauf. Komm mal her hin. Nein. Achtung back my back. Die kommt. Ja ich bin dabei. Ich renne. Die will dich. Ich weiß. Hast du das gesehen? Guck mal wie gierig die waren ey. Dann kannst du mal sehen wie gefrustet die sind ey. Das sind so lange hinter dir die Herren. Ja guck mal. Und dann kriegst du noch von mir die Faust und ist tot. Ja. So siehts nämlich aus. Aber ich hole mir mal irgendwie hin nach Hell. Na komm. 왜 hier sowieso? Und daa wird halt tut. Da ist die достиig... Und jetzt... So. Ehm. sich mal die Ultimely Valve zu pushen, aber jetzt auch blöd, ey. Na komm, na komm, einer wird's doch wohl hier blicken lassen. Okay, ich geh schon. Mach doch mal ran hier. Aua, 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 das hat weh. Ich muss sie weg. Oh, lol, trifft die Rakete nicht genau, weißt du, wie scheiße das jetzt macht. Aber gut, egal. Oli, wer ist offline? Ja. Ja. Away. He's away. He's completely, no, he's there, he is again. Jawoll. Ja, ping einfach mal zwischendurch, manchmal Hilfe. Oh, ist der gegrabt? Jawoll. Hi. Oh, scheiße. Noch gekriegt. Das gefällt mir. Ja, fette Wave, alle am Start. Ah, hat Hellstack holen, genau. Muss noch kaputt kriegen hier, ne? Okay. Tot ist sie. Ich geh auch noch mit rein, oh, ich hab auch nicht mehr hoch hier. Boah. Okay. I was hiding. Schön. Aua. Was ist denn Melfight eigentlich? Ah, komm, der ist in der Route versaut. Melfight? Ja, ja. Wieder 200 Sekunden abgezeigt. Oh, hab da. Ja. 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 Ah, scheiße. Ich wollte gerade noch davor gehen, ey. Ne? Dann holen wir uns doch mal ein bisschen Magic Greasy. So, dann kann ich mir noch holen. Hier ein bisschen Health. 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 Bisschen Health. Okay. Jetzt machen wir die aber, also so kann es nicht weitergehen hier. Ich bin sehr unzufrieden. Ja. Mit unserer Leistung hier. Ja, ich auch. Booyah! Tot ist er. Feel my sting, sagt er noch. Ja. Sie muss noch sterben hier. Booyah! Mann, ey. Weiß nicht, bleib dran und werd dann gekillt. So eine Scheiße. 3 zu 4. Egal. Fuck, ey. Hab ich noch gar nicht gesehen. Au, 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 au. Jetzt werden sie übermütig gleich. Wart ab. Regroup! Kann ich noch irgendwas holen? Irgendwas holen? So weit noch? Ja, mehr. So. Booyah! Ja, das sind 20, ey. Die fehlen sogar mit Kills. Krass, ja auch stimmt. Au, au, Schnittstilfen ist tot. Oh, Wohlibeer. Ja, sein Passiv rettet ihn noch. Ah, scheiße, ey. War noch ein Mini in dem Weg. Okay. Jetzt sollten wir wirklich gucken. Lass mal langsam machen, bis die anderen auch da sind, alle. Vor allem Twitch fehlt noch. Ne? Ja, aber auch so coolen Grab oder sowas. Ja, wir müssen... Genau, da ist Malfight. Da haben wir dieser Tod. So, den haben wir schon mal rausgenommen aus der Nahrungskette hier. Jigs geht in drin. Jigs ist down. Jawoll. Oh, oh. Oh, ich hab hier nochmal kurz geschildet da, ey. Jawoll. So war das gut. Jetzt kriegen sie. Los, lauf, 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 irgendwie. Hi. Na, war geil. Die Typen auch noch. Ja, nice. Ja, ja, das war gut. Schon die Wave machen, die andere Wave kommen, ne ganz volle Wave. Perfekt. Mach einer hier. Ja, ich hatte gerade den Tower drauf noch. Ah Twitch. Scheiße. Steht das Kacke. So. Jinx ist schon mal wieder tot. So, ab jetzt werde ich tanky. Ja. Also es wird nur noch schlimmer für die. Die sollten am besten surrendern. Ja, meine Faust wird auch noch mal größer. Also es wird wirklich schlimmer für die, also ja. So, jetzt nehm ich halt healthy noch. Dann bin ich wieder fast voll. Mann, gib das jetzt gleich. Guck mal, Malfight kommt wieder voll reingerannt. Aber ich will lieber, ich will lieber Orianna haben. Booyah! Boah, hast du den Grab gesehen, ey? Oh, oh. Was? Boah, ich wollte schon sagen, ey. Das konnte ja wohl jetzt nicht wahr sein. Oh, jetzt müssen wir raus hier. Oh, oh. Ganz schnell raus hier. Oh, scheiße. Ich hab gedacht, ich drück ihm einfach den Spell noch, weil ich eh sterbe. Aber da hab ich mich wohl übel verschätzt. Wie möchte ich das nennen? Hm. Naja. Alles schlimm. Okay. Okay. Können wir schon auf einen Tau rumgehauen eigentlich bei denen? Ne, haben wir doch gar nicht. Ne? Also auf den zweiten. Ja, ganz klein bisschen nur. 400 Staben oder so. Double Kill. Okay, Twitch haut gut rein. Ach, schau, der stirbt. Mighty Merzor stirbt. Wollte hier noch schön den Tau reinziehen. Hier kommt Blitzcrank. Scheiße. Ah, scheiße, ey. Hier. Ja, ich bin dabei. Y. Hab ich doch. Boom, tot ist er. Oh, heute läuft der aber mit dem Craps eigentlich einigermaßen. Ja, die machen gut. Die geben ja gut Gas auf die anderen. Ja. Wollte nichts sagen. Also auch gerade die haben einen Heiler. Und auch noch einen Vorteil. Ich find das Game schlecht. Aua, aua. Ja, ist echt ganz cool eigentlich. Geht gut ab. Aber das ist irgendwie komisch. Manchmal Pornen wir die voll und manchmal die uns voll. So, ne? Mhm. Also hin und her. Das ist auch so cool. Oh, schade. Okay. Oh, oh, oh. Das war ein bisschen ambitioniert von ihm, ne? Ah, scheiße. Ah, wo such das aus? Oh, schade ich den Einzige hier vorne. Ne. Oh, scheiße. Wir kappen ja noch. Ab von Jinx. Oh, Mann. Aligas. Das war jetzt unnötig, möchte ich sagen. Sehr, sehr unnötig. Äh, war Tommo. Bisschen mal noch. Bisschen Apenny noch gerne. Oh, Pony Bear. Geh ruhig da rein, ey. Back, 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 ey. Oder Magic Resi. Ah, nee. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt kommen wir in die kritische Phase. Wir haben unseren ersten Tower. Ja? Und so kann's nicht weitergehen. Da sind wir uns einig, ne? So geht's gar nicht. So, die ist schon mal tot. Okay. Da war jetzt ein bisschen so. Volleyball ging alleine rein. Und Twitch. Ja. Da haben wir so eine gute Figur gemacht. Müssen echt zusammenbleiben. Oh. So. Sie ist tot. Nochmal Durchmarsch. Ich grab jetzt noch einen. Gleich in zwei Sekunden. Mhm. Oh, die hält viel aus, ne? Ja. Ja. Hätte mal Miss Fortune grabben sollen dann. Sehr gut. Okay. Das ist ja gut. Oriana hält viel aus. Teilt auch viel aus. Ja. Oh, da ist ein Flash-Verbrauch. Hast du das gesehen? Nee. Der Mail-Fight hat keinen Flash mehr. Oh, ein Asi. Versuch mal da hinten in einem Haus zu picken, ey. Weil ich das ist mit. Ah. Mary. Oh, oh. Oh, oh. Komm. Lauf. 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 hui 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 ich wusste dann noch irgendetwas hinten kommt gleich und ich sterbe auch mann mann da kann ich mich aber wieder richtig schwul darüber aufregen mann 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 aber gut gut war eine ganz nice aktion eigentlich ja twitch wird auch gleich erst richtig stark ja wenn er jetzt gleich noch ein bisschen mehr ad hat ne hat ja im moment noch nicht viel so was haben wir denn hier oriana ist noch tot okay dann müssen wir jetzt schnell irgendeinen von den fraggen ne das war nicht gut nee weil die auch alle auf malfall gegangen sind aber es bleibt die tanky micha ja gut ich hab ihr noch gut gegeben mehr er lass bisschen zurück ich gucke hier was die machen ja genau den kriegen wir denn wohl tot von denen zusammen gar keinen jinx ja vielleicht wenn wir den müssen erstmal warten hier kurz ja ja guck mal jetzt sind doch alle wieder da von uns ah schade ich hätte jetzt sogar einen oriana gegrapt da drin jetzt habe ich dich so ein heiler weg So, auch tot. Den grab' ich noch mal, rieb die Baller ein. Kann auch nix machen. Ja, mich hat er, ja. Scheiße. Aber es sieht gut aus. Wenn einer gut tanken kann, könnte man die Tau machen. Ja, ich kann ihn tanken. Bisschen. 44, das ist immer noch sehr spannend. Ja, eigentlich schon. Okay, die sind jetzt, Miss Fortune ist wieder da. Hi Miss Fortune. Ich hole mir noch ein bisschen Magieresistenz. Ja, aber wenn die austeilen, dann kommt echt gut Schaden rüber, ne? Ja. Und schon wieder ein Elixier der Zapferkeit. So, die sind schon mal geslowt. So, Raka rausgepickt. Ah, ich bin aber tot. Aber komm, Heider tot. Heider tot. Okay. Zurück, zurück, zurück. Schütze. Schütze. Mach es nicht. Kein 101. Ja. Äh, 2, 1. Triple kill. Nein! So, machen wir das noch. Was kaufen wir uns denn als nächstes? Schönes. Wen haben die denn als Adela? Jinx und Miss Fortune. Ja, vielleicht kaufen wir das ein bisschen Amor. Zumindest ein bisschen. Weißen. Ja, genau. Ein schöner Tails weg. Okay. So. Wieder da. Ohhhh. Das war echt schade. Hm. So, Miss Fortune jetzt schon weg wäre ganz, ganz cool. Erstmal smooth die Waves pushen. Ne, erstmal die Heiner beziehen. Nice. Boah, aua, ich muss noch raus hier. So, Mefa, das war's 2 Tower. Oh. Jetzt noch ein bisschen Health. So, das ist unser Tower hier. Hier geht gar nichts, ihr Penner. Oh, das war nicht gut, ey. Ne. Ja, wir sind zu lange drin geblieben im Fight so. Ja, wir stehen da rum, weil da kommt 1000 Rollsfuß, ey. So, tot. Boah. Boah, ich hasse das so, wenn ich geslowed bin, ey. Aaaaah. Geht dir eine Minion da noch raus, ey. Okay. Ah, fuck, ey. Macht gut schaden, ey. 17. Ey, 17. Ja. So, das, äh, Aua. Powerglass. Hourglass. Macht sehr viel Aua. Das ist Aua-Glass. So. Oh. Ah, wird auch versammelt, seine Route hier. So. Okay. Jetzt sind vier von denen tot. Jetzt müsste das ja wohl zu packen sein hier, oder? Mhm. Ah, scheiße. Wie der Ding ist im Weg, ey. Oh, irgendwer macht hier voll Aua. Oh. Boah. So, jetzt schon auf den Tower gehen. Aber auch. Genau, wenn der Ding sterben würde. Wäre cool, ey. Och, Mann. Hat sie noch... Ja. Hat sie noch so... Scheiße, ey. Das ist aber gleich benutzt, ey. Na, ich jetzt auch. Scheiße. Tue ich mir nochmal... Hier, 100 Amor, oder was? Ja, ne? Guck mal, die haben sogar mehr Kills als wir noch. Aber du musst jetzt hart... Surviven da, also. Ja, die machen nix jetzt. Ne, bloß nicht, bloß nicht. Hol den der Tails umweg noch schnell. Oh, oh. Ne, das nicht. Aber das hier. Ja. Den hier? Im Po? Ne, den nicht. Hehehe. Oh, oh. Da bin ich wieder. So. Jetzt machen wir sie. Ich hab's im Murin. Guck mal, Jinx. Hehehe. Oh, ein Ulti auch noch gemacht, ey. Hab' ja gut... Hab' ja gut geklappt. Ba, ba, bam, tot. Und ich mein' meine Ulti regt gerade 20 Sekunden nur. Oh, scheiße. Die wird lieber schlecht. Ne, der Fall nervt nicht. So, schön mitten in die Reihen. Och, Mann! Oh, oh. Ich muss mich aufpassen. Die stehen zu weit hinten drin. Der war aber für die. Okay. Na schön. So. Das sieht doch gut aus. War die gut gekitet, ey. Oder ich hab' die gut gekitet. Also, ich hab' genau... Hab' auch gut überlebt, dann. Oh, ich hab' gedacht, ich krieg' Malfe halt noch gerade da, ey. Der hat jetzt Spaß. Der war scheiße. Der hat gefilmt uns nicht, die Aktion, ey. Oh, ist ne Fliege! Flasher zu verbraucht, Jinx. Der hat da drauf einfach, ey. Boah, er hat aber irgendwas richtig Eier gemacht gerade. Aber wir dürfen nicht so geil auf den Dingens sein. Ja. Ja, weil jetzt kann sowas auch mal ganz schön in die Hose gehen. Guck mal, 40 Sekunden sind wir fast alle tot. Gut, aber wir haben zumindest noch einen Tower, ne? Und ich kann noch mal shoppen. Aber was kauf ich mir denn mal? Tja, das musst du dir überlegen. Ja, ich kann nix mehr ab... Ja doch, ich könnte mir mal hier die... Captains Boots holen oder so. Die hol' ich mir mal noch, dann hol' ich mir jetzt gleich noch ein paar Elixiere. Boah, alle drei... Bin eh Full Build jetzt. Ja, ich weiß noch nicht. Schade. Den hätt' ich gerne gehabt, den Red Ray. Ach, Mann! Was sind denn die Grabs jetzt nicht hier? Gehen bis vorerst nasser und schlag' ne Fresse, da. Guck mal, mit nach hinten hier. Boah, ey. Ja, die gehen dann mal auf mich irgendwie, glaub' ich. Natürlich stand's auch sehr vorne. Ja, ging, ne? Schon noch ziemlich seitlich eigentlich. Enemy has been slain. Oh, oh, oh. Noch auf jeder Seite zwei Stück über. Rihanna und... Ja, okay. Miss Fortune ist so gut wie tot. Jawoll. Hat Nautil gut mitgespielt. Tötet sie. Jaaa. Double Kill. So, ich komm' nach vorne. Ich bin gleich da, ne? Sudoli. Aber geht schon fast ne halbe Stunde das Spiel, Mann. Mein Gott, wat'n Match. Wer gewinnt? Ja, wat'n Match, ey. Wer'n wir gewinnen? Wer'n wir verlieren? Das seht ihr in der nächsten Folge. Nein. Das machen wir jetzt zu Ende hier, ey. Da Soraka. Pullt die mal ein bisschen. Oh, schade. Er hat sie gerochen, den Braten, ey. Okay, er ist tot. Kill sie, äh ihn. Oh, so. Raus hier. Puh, ey. Heftig, heftig. Ja. Tralalalala. So, jetzt super slow drauf. Macht er denn? Mein Gott, töten ihn doch jetzt. Hm, okay. Kein Hellstar. Mhm. Die machen uns aber schwer, ne? Ja. Ist, äh, ist der Healer. Ja. Aber die ist... Ne, nicht tot gerade. Wo sind denn noch welche von uns hier? Okay. Scheiße. Okay, jetzt geht's ab. Jetzt habe ich dich. Tötet sie doch hier oben. Jawoll, die ist auch dran. Nice. Gibt's noch eins in die Fresse von mir. Ist noch mal ein Fight, dann kann ich viel machen, ne? Ja. Vor allem macht er auch keinen Schaden halt, ne? Ja. Guck mal, wir haben noch einen. Einen gemacht. Ja, der macht gut. Schade, meine sehr hohe Abwinkzeilen. Macht doch weiter. Verschlecht sich die Zeit auch auf. Ja, das bringt nichts für mich hier. Ja, das ist super gut, ja. Aber ich setze so langsam mit der Auto-Tags. Ja, das ist das. Wir sind beide super scheiße. Aber ihr könnt den machen jetzt. Äh, Draufhaus. Ja. Ne. Doch. Ne. Er schafft den noch. Ja, er schafft den noch. Nein! Nein! Das gibt's nicht! Mit 86 HP. Ich hab 5.000 Gold, ey. Heftig. Boah, wie scheiße, Alter. Ich werd mir irgendeine krasse Rüstung holen noch schnell. Abwehr, Rüstung. Ich verkauf jetzt auch meine Schuhe und kauf mir noch irgendwas dickes für AP, ey. Ich hol mir Dornenpanzer noch und ich hol mir schnell noch die Hauptmannschuhe. Ja. Ich hab mir jetzt noch... Ich will kurz warten, aber das ist kein Problem eigentlich. Ich hab mir jetzt gerade noch Rubberdons geholt. Rubberdons. Weil mach ich mit meinem Grab schon 750 Schaden jetzt. Ich hab jetzt fast 400 Rüstung. Oh, guck mal, guck mal. Jetzt müssen wir aufpassen. Kommen die rein? Wohin die stehen? Die stehen schon hier. Ja, ist kein Problem. Die haben ja den Hinitor gekillt, getötet. Och, Mann. Das ist ein wichtiger Grab gewesen hier. Ich hab da ein bisschen Schaden. So ein 900. Da töntet sie hier hinten drin erstmal ey. Och man weißt du? Gibt's doch nicht ey. Jetzt geht grad voll zur Sache hier voll am matchen alle. Oh krass. So schnell mit der Ulti rein raus. Rein raus, rein raus. Rein raus, rein raus. Manche reißen sich für so ein Spiel ein Bein aus. Oho. Ich push mal hier vorne. Die hat ja nichts mehr. Ich mach schon mal den Ding ganz kaputt. Den Himitor. Okay ich hab sie gekillt. Ich find das ziemlich krass. Okay. Wir machen jetzt den Gegner nass. Oh yeah. Vor allem beide grabben direkt nach ihr so. Oh 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 oh. Ich geh hier raus. Ich will noch ein bisschen leben. Ja. 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 Das war gut anstrengend. Spannendes Spiel ey. Krass 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 krass. Bin ich zusammen am schwitzen ne. Und ich stehe. Ich stehe gerade schon. Jetzt muss ich erstmal vier Wochen in Urlaub fahren. Das war ein Spiel alter. Heftig. Tschüss. 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 Tschüss.